Ich pick erstaunlicherweise dann doch nochmal die Journal-App, die da auf iOS dahergekommen ist, weil ich habe jetzt nichts irgendwie groß zu journalen und ich muss meinen Mindfulness-Status nicht aufzeichnen und nichts. Aber man kann sich dazu bringen, einfach jeden Tag oder zweimal die Woche dort irgendwie Fotos von Hand rauszusuchen und dort reinzukleben und dann bleiben die da. Und dann hast du halt nicht deine große Fotorolle und dein, was wie auch immer du deine Fotos nicht sortierst, sondern dann sind wenigstens schon ein paar Sachen dort vorausgewählt. Und jetzt habe ich dort, was ich halt die letzten Wochen gemacht habe, sehr viele Fotos von T-Shirts zum Beispiel und Fotos, wie ich die T-Shirts in die Post eingeworfen habe und wie ich die T-Shirts hier sortiert habe und wie ich T-Shirts bekommen habe und all diese Dinge. Und der erste Eintrag ist, wie ich den E-Golf weggebracht habe oder so. Das ist jetzt alles nicht besonders interessant, aber in fünf Jahren freue ich mich dann über diese Einträge, dass ich hier zusammensortiert habe, was ich vielleicht jetzt Ende 23 da gemacht habe. Man kann sich ja so eine Notification einstellen, dass der einmal am Tag um 20 Uhr fragt, hier willst du nicht was journalen und dann sagst du, ja hier gib mal journalen und dann hat der ja auch so sinnvolle Vorauswahl. Also der hat ja dann irgendwie entweder an einem Workout oder an einer Route oder irgendwas festgemacht oder an einem Geotech von Fotos festgemacht, hat er dann irgendwelche Sachen und zum Beispiel hat er beim Postzentrum, beim Briefzentrum hat er dran geschrieben, eben hier Deutsche Post, Postfachanlage in Sternberg. Ist nicht ganz falsch, aber lustig. Und wenn man da diese fünf Sekunden reinsteckt, dann hat man vielleicht in ein paar Jahren besser sortierte Fotos. Die Fotos App, die sortiert natürlich auch irgendwie Sachen zusammen und macht irgendwelche Events und sagt hier Basti in Italien oder irgendwas und das stimmt schon auch, aber da könnte man vielleicht noch ein bisschen mit fünf Sekunden Aufwand, könnte man sich da eine Vorauswahl treffen. Vielleicht machen Leute auch Herzchen an Fotos, das geht genauso. Aber es ist vielleicht gar nicht so blöd, mal die Journal-App anzuschauen. Ich habe gedacht, es ist kompletter Quatsch, aber es ist gar nicht kompletter Quatsch. Ist okay. Leo? Ja. Komm mal, es ist interessant. Ich meine, dadurch, dass sie ja praktisch wirklich ein unbeschriebenes Blatt ist und einfach nur diesen einen chronologischen Feed gibt, kann man natürlich da sich auch ein bisschen das reinbauen, was man machen möchte. Und die Vorschläge sind schon, also abgesehen von lustigen Namensbezeichnungen, die halt irgendwie aus Apples Maps Datenbank rausfallen und manchmal komisch und bis zu absurd sind, kommen da ganz nette Sachen zusammen, finde ich. Und da kann man sich durchaus schnell mal was zusammenbasteln. Du kannst halt jedes Mal dazu sagen, so möchte ich den Eintrag mit aktuellem Datum versehen oder möchte ich den mit dem Datum des Ereignisses versehen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, bin ich zum Basti geradelt oder irgendwas, dann könnte ich jetzt halt den jetzt taggen oder den Tag taggen, wo ich tatsächlich dort unterwegs war oder so. Das ist schon okay. Also das ist vielleicht gar nicht so blöd. Schaut es euch mal an, wenn ihr möchtet, die Journal-App. Jo.